yo hallo liebe freunde hier zurück bei let's play saints row 4 mit mir im patient lp und dem mir lp jetzt auch jetzt ist schon wieder mir lp ta ta vor allem ta so ist ta ta ja ta 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 so supercraft team 11 von 37 kann man das von da auch machen sicher ja klar es geht auch in der realität von der nicht realität geld ab jetzt für die superkräfte so genau super sprint was haben wir damals neues ich freue mich schon auf den tornado der ist so geil upgrades irgendwie brauche ich das telechinese gleich fürs kämpfen nicht nicht wirklich gesundheit vacuum 2 ja nee das ist mir zu teuer ich bin doch nicht spreng waffen handfeuer waffen ja das kaufen wir auch ins schweineteuer ist sparen das geld für die explosiven so aufträge nebenaufgaben nicht richtig mit machen wir weiter mit der hauptmission dass wir matt miller holen dass wir das in einzug durch haben mit kinsey müssen wir reden hell Ja! Du hast den Power Ranger gesehen. Oh Titanfall Boah, da kann man ja fliegen Kann ich wieder landen? Äh, Steuerung glaube ich Oder Shift Ahja Ne, stimmt, mit Shift war, he's on the brush Oh, ähm Ich hatte nicht Zeit, um sie zu arbeiten, also... Was? Keine Geräte? Bittest du mich, Kinsey! Ich habe dir einen Powerarmor gefunden! Kinsey, mein Mech ist zu groß. Kannst du etwas tun? Oh mein Gott, das ist eine echte Welt! Ich kann nicht nur meine Finger schlafen und dann... Oh, schau Kinsey, du weibst die Welt, wie eine Gäste mit einem Brush Ah, okay Einfach hier hoch Denke ich halt mal So falsch kann das schon nicht sein Schade, du kannst die Türen hacken und ich habe nicht genau Fingern Wie öffne ich sie? Scheiße, scheiße, mein Torräder, alter Ach so Ja, so geht's auch Was ist da da eigentlich? Keine Ahnung Und so ein Reaktor oder sowas? Ich würde ja sagen, so... Und dann zu den Decks Oh, da kommen sie mit ihren Schilden Denken, dass sie was gegen den Mech anrichten können Und dann... Mac... Apple oder was? Äh... Mech meine ich Jetzt dachte ich so... WTF, was meinst du? Oder McDonalds Oder McDonalds Ich denke bei Mackey an McDonalds Wir sind ein Happy Meal Ein kleines, feines Happy Meal, das ähm... Aliens... Tötet So viele hat Happy Meal oder was? Was? So viele hat Happy Meal Auf jeden Fall Ja Ach so Äh, ich würde an deiner Stelle mal hier diese blauen Kugeln ein Und sammeln die oben, die... Die heilen dich Wunderbar Hier Ich denke mir noch die Ich denke mir noch die... Hör dir Scheiße! Es sind Menschen in all diesen Pots? Vielleicht, aber ich denke nicht, dass die Menschen zu bespielen Nein, sie sind natürlich nicht Einflusslosig Bäm, 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 bäm Oh, das ist so episch mit dem Ding So, runter, aufladen. Diese kranken Aliens hier. Ah, die Erde ist ja zerstört, oder? Ja. Also, ich freue mich, was Saints Row 5 dann werden sollte. Inzucht, Saints Row. Ach, die sind ja nicht verwandt, das ist in Ordnung. Was ist für mich, Alter? Kann man... So, bist denn du hier? Ich habe einen Mett geholt. Ach so. Bestimmt ja, das auch muss ich es fassen. Jetzt pückt es sich noch. Ja, toll. Ach, zum Glück gibt es Pixel im Spiel. Ja. Aber zu zweit dürften wir das ganz gut hinkommen, denke ich mal. Das ging alleine schon verkauft, habe ich. Ja, wir haben Mechs. Ich verraten so viel. Es kommen noch mehr Aufgaben, Missionen, wo man wieder zu Mechs umläuft. Da war doch eine dabei, die war ein bisschen kniffliger. Aber... Ach, die müssen mal rauskommen. Ist mal so eine Einführungsmission für die Mechs wahrscheinlich. Säuber wir den Bereich, weil das vorbei ist. Wie sollen wir denn säubern, wenn der Scheiß da drinnen hängt? Hängt bei dir auch einer im Lift? Ach nee, jetzt kommt er raus. Einer ist noch da. Der ist jetzt auch draußen. Ich habe die Pons. Geht zu mir und ich werde dich aussetzen. Das wird viel anders sein, als jede andere Wege, die du anstattest. Es ist eine Schmuck, Matt. Es ist nicht zu verkaufen. Ich habe es. Es ist mehr als nur eine Schmuck. Okay, wir gehen zu Kinsey. Yay! Wo sind sie? Wo sind sie? Ach da! Jetzt müssen wir nicht mehr kratzern, um solche Schögelacken machen, um Schaden zu machen. Wir können einfach schießen. Oh, diese Roboter können uns jetzt auch nichts mehr antun. So, wohin müssen wir? Ah. Kommen wir Raketen auch noch oder so? Ja, ich glaube. Ah, warum ist denn der Typ so weit weg? Wir sind im Echs, Alter. Wir können ein bisschen schneller laufen, also ja. Jetzt sind wir da ein bisschen zurück. Das ist bei einer Auffahrung so. Ach, das ist wunderbar, wie sie so aus dem Lift kommen und man sie reihenweise vernichten kann. Oh, witzig. Oh, witzig. Oh, witzig. Die flutschen weg. Ach, jetzt kommen sie da unten wieder. Fuck, ich kann dir da auch nicht helfen. Ich bin es von dir. Scheiße. Ich muss mir jetzt mein Leben holen. Ich bin hier, geh zu mir. Max, da ist die Scheiße, geh zu mir. Schnell. Yay. Und jetzt geht die Action immer noch weiter. Ja, ein Millennium Falcon. Wie das Ding einfach fast gar nicht überhitzt. Stimmt, eigentlich kann man oben bleiben fast. Oh, mit diesen Geräuschnerven. Oh, das große Schiff kann man nicht zerstören, kommt mir vor. Ich treffe die Kleinen nicht, das macht mir im Moment an mehr Sorgen. Schießt er auch aufs Große? Das will einfach nicht. Kleine sind wieder hier. Woa, äh, wo ist das große Schiff, Kinsey? Ich bin nicht sicher. Ach, da unten rechts. Die sieht man auch so schwierig. Auf der Seite. Hey, erinnerst du das große Schiff, was du gefragt hast? Oh Gott. Das ist wirklich der Todesstern, ey. Ey, guck mal, da links. Da bist du. Ja, hallo. Arbeitskollege. Oh oh. Was? Das war mal knapp. Ich bin nicht so schlecht. Ich bin nur ein Kampfer. Ich bin nur ein Kampfer. Ich bin nur ein Kampfer. Ich würde, dass jemand mir einen Hügel geben könnte. Wir müssen uns das mal sehen. Ein Flugzeug? Warum würde Zinyak eine dieser wollen? Wir sind in ein dicker Raum. Es muss sein, eine andere Kirche. Wer ist das Idee, der Herr in einem Aeroplane? Ich, Shondi und... Oh mein Gott. Johnny ist hier. Boss. Johnny ist tot. Wer würde sonst in einem Flugzeug stecken? Shondi? Es war für sie ein lebendiger Moment. Das ist die einzige, die Sinn macht. Du bist falsch. Ich denke, sie macht viel Spaß. Sie ist falsch. Find out, wo das ist. Wir bekommen meinen besten Freund zurück. Oh yeah. Ich würde sagen, der Part ist hiermit beendet. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö Leute. Tschö. Tschö.